Total verschätzt, Frankas erotisch drängende Spielchen. Sich selbst bis an die Grenze ihrer Blasenkapazität zu bringen, beschert Franka den ultimativen Kick. Auf der Bahnfahrt von der Uni nach Hause zelebriert sie dieses Spiel wieder einmal, doch an jenem Tag kommt es anders als gedacht. Mit feuchtem Slip erkennt sie, dass sie zu hoch gepokert hat. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer